Hallo, mein Name ist Christian Schröder und ich koordiniere das Orientierungsstudium MINT-GRÜN an der TU Berlin. Und ich bin Ingen Czesner und ich bin Studentin und Studienfachberatung von Naturwissenschaften in der Informationsgesellschaft. Bei uns geht es heute um Einführungsveranstaltungen. Ihr werdet dort alles Mögliche über Termine finden, ihr werdet dort Informationsmaterial finden, ihr werdet Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen finden, ihr werdet vor allem auch KommilitonInnen kennenlernen, das heißt also andere Studierende, die alle in derselben Lage sind wie ihr jetzt auch gerade. Und das, was ihr an diesen Veranstaltungen bekommen könnt und wie das alles funktioniert, das findet ihr auch in den Videobeschreibungen hier. Was aber vor allem auch passiert, sind Einführungsveranstaltungen auf dem Campus, Campustouren, Mentoringveranstaltungen und es ist eben der Kontakt zu den anderen Menschen, so dass ihr wisst, wo ihr hin müsst, wann ihr etwas machen müsst, wie ihr etwas machen müsst. Die Einführungsveranstaltungen sind also für euch. Und last but not least ist das Allerwichtigste die Frage, die die meisten von euch umtreibt, wie erstelle ich mir eigentlich diesen Stundenplan? Und das findet ihr in der Videobox zum Beispiel die Expertinnen, die sich am besten mit den Stundenplänen auskennen, sind die Studienfachberatung und die gibt es für jeden Studiengang. War euch das geradezu schnell in dem Video mit all den Plattformen und Fächern? Dann schaut noch mal in der Videobeschreibung nach, da gibt es Links und ihr könnt uns gerne eure Fragen dazu stellen. Wie Christian schon erwähnt hat, ist das Vernetzen mit KommilitonInnen ein wichtiger Bestandteil des Studiums und hilfreich für einen guten Start. In den letzten Semestern war Studieren nur unter Einschränkungen möglich. Und diejenigen, die ihr Studium da begonnen haben, hatten es nicht leicht. Solltet ihr Schwierigkeiten haben oder gehabt haben, auf Leute zu treffen, mit Leuten in Kontakt zu kommen, dann kommt gerne auf uns zu. Wir haben Tipps, wo ihr rund um den Campus Leute treffen könnt. Zum einen gibt es Initiativen, das sind Gruppen von Studierenden, die sich für Studierende oder andere Themen einsetzen. Außerdem gibt es Projekte, den Hochschulsport, oder auch gemeinsame Hobbys, über die man Leute treffen kann. Und ihr fragt euch, was wir sonst noch als Studienfachberatung zu bieten haben. Wir haben das Fach, zu dem wir euch beraten, selber studiert. Das heißt, wir können euch nicht nur Informationen bieten, die ihr vielleicht auch auf den TU-Info-Seiten findet, sondern wir können unsere persönlichen Erfahrungen berichten. Dadurch bekommt ihr einen ganz anderen Blick als von bloß Texte lesen. Und das kann euch wiederum helfen, eine Entscheidung, eine schwere Entscheidung zu treffen oder schwere Aufgaben zu lösen. Wenn wir selbst mal nicht weiter wissen, dann leiten wir euch super gerne an andere Anlaufstellen weiter, die euch weiter beraten können. Also zögert nicht, auf uns zuzukommen. Egal was euch bedrückt, egal was euch beschäftigt, egal wo ihr Hilfe braucht. Ihr findet die Kontaktdaten eurer Studienfachberatung unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und ein letzter Tipp von mir. Geht zu den Veranstaltungen, bringt euch eure Ideen und Fragen ein. Davon profitiert ihr und eure Kommilitoninnen. Wir wünschen euch einen wunderschönen Start ins Studium.